Wenn du auf der Suche bist, nach Stabilität und Vertrauen, nach einem Team, das den Ball ins Rollen bringt, mit Weitsicht und langfristiger Orientierung, wenn du bereit bist für moderne Technik und ein spannendes Spiel, öffnet sich bei uns dein Tor zur Vielfalt. Worauf wartest du? Komm zu uns und werde Teil unseres Teams. Wir haben den Plan, wenn wir das Spielfeld bearbeiten und sorgen dafür, dass es läuft, ohne Verlängerung. Von der Angebotserstellung bis hin zur Schlussrechnung kalkulieren wir vorausschauend und arbeiten dabei mit höchster Präzision. Wir stoßen an, im großen und kleinen Maßstab. Denn mit über 60 Jahren Erfahrung haben wir mehr als nur einen grünen Daumen. Egal ob am Schreibtisch oder in der Natur, hier bist du von Anfang an mit dabei. In der Champions League des Landschafts- und Sportanlagenbaus setzen wir auf einen modernen Maschinenpark und haben stets einen freien Platz für neue Teamplayer. Wir stehen für Bodenständigkeit. Und Mut zur Innovation, ohne übers Ziel hinauszuschießen. Stillstand? Ha, nicht bei uns. Wir bleiben am Ball, lieben die Herausforderung und spielen einander zu. Nur so werden Team und Baustelle zu einem olympischen Meisterstück. Dabei zeigt sich unsere Kompetenz nicht nur durch unsere akribische Herangehensweise oder den Einsatz verschiedenster Materialien, sondern vor allem durch unsere Zusammenarbeit und der Liebe zum Detail. Wir schaffen Außenanlagen für Spiel und Freizeit, für Ruhe und Erholung, mit Leidenschaft und vollem Körpereinsatz. Wir bewegen große Massen, mit großen Maschinen und großem Know-how. Mit unserer Sportplatzpflege sorgen wir für die Top-Spielfläche, damit der Ball ins Rollen kommt und in Bewegung bleibt. Unsere sportliche Leistung besteht aus exaktem Arbeiten, aus Teamgeist, aus dem sich aufeinander verlassen können, aus jahrelanger Erfahrung und natürlich aus dem Einsatz hochmoderner Maschinen. So entstehen vielfältige Plätze für die unterschiedlichsten Sportarten. Wir schaffen die Basis, fördern Talente, legen Wert auf Aus- und Weiterbildung und begleiten dich, bis jeder Angriff sitzt. Seite an Seite zeigen wir, wie es geht. Wir klären in aller Ruhe und schreiben Arbeitsschutz groß. Kommunikation ist uns wichtig und so halten wir dich mit unserer Kutter-App immer auf dem Laufenden. Willst auch du Teil des Meisterteams werden? Nicht nur auf Details, sondern auch aufs große Ganze achten. Dann komm zu uns und freu dich auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre, attraktive Arbeitsbedingungen und abwechslungsreiche Projekte. Kutter. Dein Tor zur Vielfalt. Kutter. Dein Tor. Kutter. Dein Tor. Kutter. Dein Tor. Kutter. Dein Tor.